Das bin ich. Ich bin Stewardess. Oder auch eine Saftschubse, wie man uns ganz gerne nennt. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Und da passieren einem die unglaublichsten Dinge. Nina, hi! Du, wegen Hongkong. Glaubst du, dass Sie Kameraden in den Aufzügen hatten? Also, mir wäre das nicht so recht. In Hongkong? Sollten wir lieber für uns behalten? Moment, ich glaube, du verwechselst mich. Kann das sein. Cool, danke. Bis bald mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast... Die Menschen haben immer viele Fragen an mich. Müsst ihr die Hotels immer selbst zahlen? Oder fliegst du gleich wieder zurück? Kann ich deine Nummer haben? Sind wirklich alles your tool? Musst du erkältet nicht am Boden arbeiten? Hey, wirst du mit 30 nicht langsam zu alt dafür? Amelie, ja klar. Und grad schön war's. Das ist der Black Forest National Impact, Open on Sundays. Seht ihr? Darüber kann man wirklich ein Buch schreiben, oder? Das ist auch ein 20. 24 Stunden. Diese unglaublichen Dinge passieren nicht nur mir, sondern auch Charlotte. Das ist die Hauptfigur in meinem Buch. Und die ist ein echter Skyline-Engel. Ich würde euch auch gerne noch viel mehr erzählen, aber leider muss ich jetzt fliegen. Gott sei Dank steht alles im Buch. Und das gibt's jetzt im Buchhandel. Saftschubse. Der Roman von Annette Lies. Jetzt im Heine Verlag. Verlag ist ein Kind. Untertitelung des ZDF, 2020